Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Di und wie ihr sehen könnt, bin ich heute in der englischen Version, nämlich bei Flash Contest unterwegs. Diese Aufnahme ist jedoch für Super Trainer bzw. für eine Livestream-Ankündigung für Super Trainer. Wir gehen jetzt einfach mal in die Champion League, denn hier kann man relativ gut labern, während wir einfach mal ein bisschen zocken. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja demnächst eines der zwei Pokémon, die ich haben möchte. Für jede Version habe ich ja eines, das ich gerne möchte. Und heute Abend nach Monster Revolte bekomme ich Arceus oder kann ich mir Arceus holen. Ich weiß aber doch nicht, wann genau die, wann ich das richtige Wesen habe, die richtige Personalität. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ob ich heute schon den Livestream mache oder morgen. Wenn ich heute einen mache, dann direkt nach Monster Revolte, sollte ich heute keinen mehr machen, dann wird das wahrscheinlich morgen der Fall sein. Und zwar circa eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde vor World Boss. Damit ich auch dann Arceus direkt testen kann und zwar im World Boss und in Monster Revolte, ob er sich da beweisen kann. Und ja, dann schauen wir da mal. Deswegen, wer Bock hat zuzuschauen, denn ich habe auch schon lange gefarmt für Arceus. Wer zuschauen möchte, was es gebracht hat, wie viele Power, dann kommt vorbei. Ich würde mich freuen, falls ihr noch Fragen habt, natürlich direkt da stellen. Accounts Overviewen werde ich dann morgen im Livestream aber nicht, denn das wäre ein bisschen zu kompliziert bzw. zu nervig. Aber ich werde halt, wie gesagt, Arceus trainieren, dann schauen wir mal ein bisschen mit der Champion League da ein gescheites Team zusammenzustellen. Vielleicht auch die anderen Pokémon ein bisschen trainieren. Ihr kennt es ja alle. Ja, so viel dazu. Dann Blackhören dauert, wie gesagt, noch ein kleines bisschen. Ja, was heißt, es dauert noch. Ich habe jetzt 1000 oder knapp 1000. Aber demnächst könnte Darkrai reinflutschen. Das werde ich dann auf alle Fälle vorstellen. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich erstmal keine Ankündigung mehr. Ich werde auch das Video gleich beenden nach diesem Kampf hier. Hier haben wir jetzt nämlich leider keinen schönen Gegner. Aber ja. Ansonsten, wie gesagt, kann ich nichts sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen dabei seid, damit wir einfach einen schönen Livestream auf die Reihe kriegen. Und ja, das ist halt einfach, dass wir zusammen sozusagen Arceus trainieren können. Ja, an dieser Stelle beende ich auch sogar schon das Video. Die vorherige Folge war ja ein bisschen länger. Diese hier ist jetzt etwas kürzer. Ist, wie gesagt, nur ein Ankündigungsvideo. Ob ich heute Abend noch ein Video bringen, weiß ich nicht. Sollte ich kein Livestream machen, werde ich mir vielleicht auch was überlegen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens im Livestream wieder. Bis dann. Und ich hoffe, wir sehen uns dann.